So, dann haben wir Delta Force Demo. Das ist doch, da gab es doch, gab es ja nicht Anfang der 2000er mal so ein Delta Force? So, Tencent, also die Schnee sind wieder, ja natürlich, die haben ja 98% der ganzen Studios in der Hand, inklusive Xbox, Playstation und so weiter. Könnte etwas lauter sein, ne? Ich mach's mal leiser. So, 1993, 1994, 1994, Black Hawk Down. Plagued by unending conflict and suffering. I found a way to make it better. Progress though, it comes with the cost. Screen tearing, loiter. For my plan and its ways. Fear drove them to rise against me. First, with stones and pitchforks. Now with more. They stole my blueprints, broke my lines of production and cracked my foundation. Okay. Erster Eindruck. Gar nicht so schlecht. They did not see that this risk, these changes, were a path to prosperity. Balance must be pursued at all costs. And the balance will be due, whether with them or even myself. We are armed and ready. Taktische Unruhen. Rüste dich aus und lege los. Chaotischer Krieg. Kampagne. Erlebe filmreife Kämpfe in ultra-detaillierter Grafik mit diesem klassischen IP-Reboot. Aha, IP-Reboot, also gab es das doch. Kämpfen, suchen und extrahieren. Seek and Destroy. Da gab es jetzt noch nicht mehr Optionen, um die Grafik anzustellen. Genauso wie Cat Apocalypse. Gotcha. Okay. Höher drehen. Jawohl, besser. Ja. Optisch. Kann man jetzt mal nichts sagen. Geht das noch höher? Nein. Okay. Oh, hier. Aber hier in Schärfentiefe. Okay, okay. Da hat sich vielleicht auch jemand Mühe gegeben. Oh Gott. Äh. Hat er die jetzt alle genommen, die Sachen, oder? Warte mal tragen, zurücklegen, markieren. Doppeldrücken zum Bewegen. Ist das jetzt? Ah ja, vom anderen. Okay, gut. So, Helm. Jetzt in 81. Ne, 15 von 15, 10 von 10. Okay, dann ist meiner besser. Weste, oder Brustgurt. Mal da hin. Mal ein paar Dinge. Keramik. Spezial Keramik. Pack rein. Sportrucksack. Passt. Kann man vielleicht verhökern irgendwo. Okay. Mach ich. Ähm. Alter. Achso, Map. Ich dachte, um die Tür zu öffnen. Das wäre jetzt ziemlich blöd. Da wollen wir hin. Ähm. Okay. F wie öffnen. So. Okay. Enemies detected. Guns up now. Compete with other operators for the scattered once again. Being eliminated results in losing all carried items. As the winner, you can collect your spoils. Ja, kann ich nicht einfach. Pack doch ein, Digga. Was macht der? Beim Suchen davor reden, kannst du schnelle Aktionen durchführen. Beuhrung links. Um Gegenstände zu bewegen. Um Ausrüstung auszurüsten. Um Gegenstände abzuwerfen. Okay, ich mach einfach mal weiter. Das, äh. Gefällt mir jetzt schon nicht tatsächlich. Aber wir gucken mal. Powerbanks. Powerbank. Da, können wir mitnehmen. So. Was haben wir hier? Ein Tresor. Da haben wir noch eine Kiste. Ein Koffer. Entschuldigung. Piraten-Kupfer-Münzen. Da. Böööö. Ja und wie? Oh, some space. Naja. So. Okay. Defektes SG. Störsender. Guck mal, das noch. Nicht genug Platz im Rucksack. Schmeiß mal die Keramik weg. So. Binde den Extrationspunkt. Nähre dich und warte, bis der Countdown endet. Für eine sichere Extraktion mit deinen Vorräten. Ich guck mal. Da. Ja. Take note of the remaining time. Sorry. Make sure to reach the Extraction point before the countdown ends. naja dafür dass es ein reboot ist und grafik auf extreme und so ist es irgendwie ziemlich billig oder ich weiß drei kels wo ist move all sagt mir nicht so zu muss ich gestehen ich habe von dem nicht mit dem nächsten spiel würde ich sagen ich habe von dem nicht mit 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 dem